kleiner vergleich v knaller deutscher kracher und harzer fangen wir mal mit den v krachern an hier das ist leider kein zündbrett ne warte warte willst du dir nicht auch hinstellen kann ich auch machen da kannst du sie nicht hier in die ecke stecken genau warte dafür machen wir das zündlicht an ach doch ich hab die zündbretter mitdecken beide schon abgerotzt gut da gibt es jetzt hier noch mal den harzer v aber kannst du den trotzdem da hinlegen und so war dann krieg ich ein geileres bild sonst muss ich ihn erst suchen jetzt kommen die geilen macht den sonst noch mal den harzer v kracher mit dem horn mit dem horn ich mach aber auch einen schönen kleinen kracher die waren gut ey die waren richtig gut jetzt hier deutscher kracher von weko mit dem sachsenfeuerwerk logo auch ein schönes teil viel spaß kinder ich wollte gerade sagen feuer an die lunde aber der war nicht so laut aber aber hat geil gefetzt ey noch einen ne jo ha kleiner ding cool jetzt hier harzer original harzer kracher von silberhütte oder was ist das ja ich glaube silberhütte war das ja hütte die silber ok die sind echt am geilsten eigentlich ja wir hoffen euch hat das kleine knallerei video hier gefallen schön reiber wenn ja geht man daumen nach oben abo und bimmi an tschüss ne wir ciao abo und abo und Bis zum nächsten Mal.